Jakob Brun Larsen von Borussia Dortmund steht im vorläufigen dänischen Aufgebot für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino, 16. bis 30. Juni. Bildergalerie BVB-Kaderanalyse Dortmunds Lehren aus der Rückrunde 17 Bilder U21 Trainer Nils Frederiksen berief neben Brun Larsen auch die Deutschland-Legionäre Andreas Paulsen, Borussia Mönchengladbach und Asja Sörensen, Jan Regensburg in den 26-köpfigen Kader. Dänemark ist am 17. Juni 21 Uhr. Sport 1. Erster Gruppengegner der deutschen U21. Brun Larsen kam in der abgelaufenen Saison zu 30 Pflichtspieleinsätzen für den BVB, in denen ihm jeweils drei Tore und drei Vorlagen gelangen. Im März gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Dänemarks. Meist gelesene Artikel Eishockey WM 2019 live bei Sport 1 3 ITILS Eiskalte Antwort auf Kritik Fußball Bundesligas Anschiss hofft auf Veränderungen Motorsport Formel 1 verschwinde ich lebe doch. Fußball Europa League Sicherheit M-Ki-Trien fehlt in Bakuind. Fußball Fußball Leute verzückt das Internet Let's Block Ads. Why?